Notizen-Chaos. Ihr kennt das vielleicht. Überall, wo wir hingehen, prasseln Eindrücke auf uns ein. Überall haben wir Ideen. Das könnte man doch in ein T-Shirt umwandeln. Daraus könnte man einen T-Shirt-Spruch machen und normalerweise, oder ich zumindest, notiere mir das dann irgendwo. Ich mache mir in meiner Handy-App vielleicht eine Notiz oder ich mache ein Foto oder ich speichere mir das als Bookmark. Ich spiele mir das auf Pinterest drauf. Ich habe auf meinem PC einen Ordner mit, weiß nicht, hunderten Fotos drauf. Irgendwann herrscht das totale Chaos, wie bei dem netten Kerl da hinter mir. Ich habe sogar noch ein Buch, wo ich mir das manchmal reinschreibe. Ja, und dieses Notizen-Chaos wollen wir heute bekämpfen. Und zwar mit einem genialen Tool, das ich jetzt vor kurzem entdeckt habe. Und zwar nennt sich das Nimbus Node. Das ist sehr ähnlich wie Evernote, falls ihr das kennt. Das ist ein sehr beliebtes Tool, das es schon länger gibt. Und das ermöglicht uns eben auch diverse Ideen, diverse Notizen, Audio, Video, Screenshots, alles Mögliche, was wir wollen, können wir abspeichern und haben wir dann gesammelt an einem Ort. Und warum ich mir heute gedacht habe, dass ich das unbedingt empfehlen möchte, ist, dass hier wirklich ein zweites Tool noch eigentlich integriert ist. Ich habe eine super geniale Screenshot-App, mit der ich schnell Screenshots machen kann. Ich kann meine Kommentare zu einem Screenshot hinzufügen und kann das, dann wird das automatisch hochgeladen. Ich kann das an meinen Designer schicken, ich kann das an Freunde schicken, an wen auch immer. Und das ist innerhalb von Sekunden gemacht, wo ich früher dann vielleicht wieder extra ein E-Mail verschicken musste. Und das ist eine richtig coole Funktion. Und dann die zweite Funktion, die ich besonders hervorheben möchte, ist, ich kann sogar Screencasts aufnehmen, was so viel bedeutet. Ich nehme meinen Desktop auf, kann zum Beispiel für Virtual Assistance meinen Arbeitsablauf aufnehmen, eins nach dem anderen machen, kann dazu reden, kann währenddessen den auf dem Bildschirm zeichnen etc. Und das ist richtig mächtig. Auch das wird dann automatisch konvertiert, wird automatisch hochgeladen. Ich kann das jetzt an meinen Designer schicken oder an meinen VA. Okay, und dann in zwei Monaten, wenn ich den zweiten einstellen will, schicke ich dem einfach noch einmal dieses Video und kann ihn so einschulen. Das ist richtig mächtig und das ist jetzt ein Tool, das gibt es jetzt zu einem einmaligen Preis als Lifetime-Deal. 59 Dollar, wir schauen uns das nachher noch genauer an. Ich würde sagen, bleibt dran. Am Ende des Videos werde ich sogar dann auch noch eine Lizenz verlosen. Und weil es so schön ist und ihr immer diese Lifetime-Deal-Videos so gerne habt, auch noch von meinen letzten zwei Videos, auch noch jeweils eine Lizenz. Das ist Switchy, der Linkshortener und dann noch Freshstock-Vektoren auf Lebenszeit. Also bleibt dran und schaut euch das Video an. Bis gleich. Servus, Leute. Ich bin der Tobi von Talk on Demand, dem Print on Demand-Podcast, heute schon wieder alleine unterwegs, weil mein Co-Host heute noch den letzten Tag in Freiheit genießt, bevor wieder alles zusperrt. Deshalb mache ich heute wieder alleine ein Video und wie könnte es anders sein? Ich habe wieder mal einen coolen Lifetime-Deal, den ich entdeckt habe für euch. Ich möchte gleich dazu sagen, ich habe jetzt nicht so lange mir Zeit genommen, wie ich normalerweise mir Zeit nehme, um diese Tools zu testen, weil dieses Ding ist so erfolgreich, dass sie jetzt in drei Tagen schon wieder diesen Deal beenden. Deswegen habe ich jetzt nicht noch eine zusätzliche Woche Zeit. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach gemeinsam an, diese Funktionen, die es hier gibt. Ich habe schon ein paar entdeckt, die ich richtig gut finde und richtig empfehlen kann. Deswegen schauen wir gleich mal rein. Ich logge mich ein. Ich habe meinen Account eingerichtet. Das Coole ist, wir haben bei diesem Deal, den es jetzt wieder mal auf AppSumo gibt, haben wir mehrere Workspaces dabei, was normalerweise vielleicht schon wieder extra kosten würde bei Tools. Ich kann mir einen Workspace anlegen. Ich habe mir jetzt einen angelegt für mein T-Shirt Business. Wie gesagt, das sind jetzt mal nur Beispiele. Ich habe mir das ein bisschen überlegt, was würde hier alles reinpassen. Ihr seht hier links die Navigation mit den wichtigsten Dingen. Prinzipiell ist eben die Idee, dass wir uns Notizen abspeichern. Das Wichtige ist, Notizen können alles sein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einmal mir diverse Ordner angelegt. Für Design Ideen, die ich sammle. Für Design Requests. Dann zum Listings schreiben. Research, den ich betreibe. Wie gesagt, das ist für jeden dann selber überlassen. Man kann das strukturieren, wie man will. Ich kann diesen ganzen Workspace mit meinen Mitarbeitern teilen. Das heißt, wenn dann halt jetzt jemand für den Research zuständig ist, dann kann er hier diverse neue Notizen ablegen. Und ich kann genau dasselbe tun. Ich habe zum Beispiel hier die Design Ideen. Ich habe dann die Requests. Hier kann man wirklich alles machen mit dieser Notiz, was ich machen will. Ich kann To-Do-Listen erstellen. Das ist mir überlassen. Die kann dann jemand abhaken. Ich kann einfach reinen Text reinschreiben. Wie gesagt, Bilder einfügen. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich kann Attachments reinfügen. Ich kann YouTube Videos reinpasten. Vielleicht probieren wir das gleich mal aus. Ich kann einfach hier ein YouTube Videos einbinden. Quasi ein schönes mit meinem schönen Gesicht drauf. Was auch immer, das ist mir überlassen. Ich habe zum Beispiel hier oben, das kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist quasi so, wie wir das Handhaben mit unseren Designern zu kommunizieren. Ich lösche mal das da unten wieder weg. Das macht mich nervös. Hier oben, ich kann Design Requests für meinen Designer erstellen. Ich sage ihm, worum geht es, den Titel. Ich erkläre es vielleicht. Ich kann ihm dann Beispiele hochladen. Und dann gibt es hier diese Status Spalte. Und dann, wenn Designer, wenn er was hochlädt, kann er den Status ändern. Dann macht er auf Sketches Ready. Und ich kann mich daran halten. Ich kann das überprüfen. Kann ihn dann quasi, indem ich hier das ändere, kann ich ihm sagen, ja, Moment einmal, da müssen wir noch was ändern. Dann schreibe ich ihm vielleicht rein, dies und das ist zu ändern in dieser Tabelle. Hier muss man echt dazu sagen, diese Tabelle hier ist jetzt nicht so extrem funktionsreich, wie jetzt zum Beispiel ein Google Spreadsheet oder sogar eine Airtable. Ja, ich habe gehofft, dass das so sein würde, aber das kann mit Airtable nicht mithalten. Viele wissen ja von euch, dass wir Airtable-Fans sind. Wir haben jetzt unser Designer-Management komplett auf Airtable aufgebaut. Das wird das nicht ersetzen. Vielleicht wird es noch diverse Zusatzfunktionen geben in Zukunft. Das steht schon auf der Roadmap, dass man Formeln verwenden kann etc. Aber ich bleibe bei Airtable hier. Das geht es wirklich darum, schnell Sachen abzuspeichern. Natürlich kann man das auch verwenden, um so ein Design-Management zu machen. Aber die Funktionen sind hier sehr reduziert. In Episode 50 damals haben wir über unser Airtable-Management geredet, falls das jemand sich noch anhören will. Da gibt es dann Details dazu. Hier möchte ich jetzt noch dazu sagen, dass wir hier zum Beispiel diese Listen, die wir hier haben, ich habe jetzt diverse Beispiele nur drinnen, wir können die sehr leicht mittels Drag und Drop verschieben. Dann können wir Tags hinzufügen, wodurch das dann später mal alles besser durchsuchbar wird. Das ist ja immer das Problem, dass diese ganzen Sachen, die wir uns abspeichern, nicht mehr durchsuchbar sind. Das funktioniert hier super. Wir haben Ordnerstruktur, wir können die verschachteln, wir können sie zumachen. Und ihr müsst jetzt immer daran denken, dass das erst richtig mächtig wird, wenn man das gemeinsam mit jemandem anderen verwendet. Natürlich ist es nett, wenn ich für mich so eine Struktur habe, aber wenn ich das jetzt mit jemandem anderen verwende, ich habe hier zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht mehr gedacht, man könnte sich ja da zum Brainstormen eine Tabelle erstellen und da hat man dann, weiß ich nicht, kann man so die Nische eingeben und so, dann sprechert man sich Sprüche ab, etc. Und so kommt man vielleicht auf neue Gedanken. Und jetzt wollen wir uns noch schnell diese Extensions für Chrome anschauen, die dabei sind bei diesem Tool. Ich habe sie hier oben schon installiert. Das eine ist der Nimbus Clipper, das andere ist der Nimbus Capture, nennt sich das. Und mit Capture kann ich Screenshots machen, die richtig cool funktionieren. Ich habe verschiedenste Funktionen. Ich zeige euch das vielleicht einmal anhand eines Beispiels. Ich bin auf irgendeiner Seite, ich denke mir, ah, okay, ja, das könnte mich doch interessieren. Ich möchte das vielleicht an meinen Designer schicken oder ich möchte meine Notiz speichern dazu. Ich muss jetzt nicht mehr elendslang einen Screenshot machen, vielleicht noch dazu mit meinem Handy, sondern ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte einen Bereich auswählen. Dann sage ich, ja, vielleicht, ich möchte mir genau das hier auswählen, kann das noch bearbeiten im Nachhinein. Sag, ja, so gefällt mir das, kriege dann einen Screenshot vorbereitet und hier kann ich jetzt dann noch das zusätzlich bearbeiten. Das heißt, ich kann da zum Beispiel sagen, dieses Motiv gefällt mir sehr gut. Da sage ich, dieses Horn gehört größer. Auch zum Beispiel, da kann man das sehr gut verwenden, wenn der Designer einem ein Sketch schickt, Sketch schickt, also eine Voransicht quasi des Designs, das er mal mit Hand gezeichnet hat, dann sage ich, naja, okay, das gefällt mir noch nicht so gut, das gefällt mir noch nicht so gut. Ja, wir können auch Text einfügen, etc. Das ist natürlich eine sehr coole Funktion. Es gibt natürlich andere Apps, die das auch können. Ich habe jetzt auch lange Zeit eine andere verwendet, die auch nichts kostet, aber jetzt müsst ihr beachten, was es da hier jetzt gibt. Ich sage erledigt. Und jetzt habe ich die richtig coole Funktion, dass ich hier das jetzt automatisch bei Nimbus hochlade und ich kann sogar dazu sagen, ja, das soll privat sein oder es soll nicht privat sein. Ja, das heißt, ich kann das jetzt mit jedem beliebigen Teil, der Link, der dann erstellt wird, ich kann hier sagen, auf welchen Workspace wird es hochgeladen, in welchen Folder, das heißt, jetzt ist das halt zum Beispiel dann bei den Design Ideas soll das drinnen sein. Ich kann noch einen Kommentar hinzufügen und dann eigentlich brauche ich nur noch da klicken oder hier klicken oder hier klicken, einfach draufklicken, zack. Und was richtig cool ist, ich habe jetzt auch gleich einen Link, den ich zum Beispiel an irgendeine Freunde, an wen auch immer schicken kann. Wie gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass das ein Designer Management Tool ist, sondern ihr könnt es auch überlegen, das kann ich ja selber auch verwenden für meinen eigenen Betrieb oder halt meine privaten Notizen. Immer wieder ist das sehr praktisch, wenn man sowas hat. Und jetzt wollen wir noch schnell weitergehen. Direkt. Hier kann ich diverse Einstellungen tätigen. Ich kann dann hier sagen, Aufzeichnung starten. Ich muss jetzt definieren, was für einen Screen beziehungsweise wo will er, dass ich aufnehme. Ich kann auch nur ein einzelnes Tab aufzeichnen oder den ganzen Screen. Hier unten bin ich jetzt vor meinem Greenscreen und kann jetzt dieses Ding hier verschieben. Wie gesagt, das ist jetzt schon die Funktion von dieser Nimbus Extension und der zeichnet das auf für meinen VA. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich ihm jetzt eine Einführung geben will in Nimbus Node, dann kann ich jetzt diverse Dinge durchgehen, schauen, dass ich mein Englisch auffrische, damit er mich gut versteht und kann das aufzeichnen. Habe jetzt auch wieder hier bei der Videoaufzeichnung, habe ich die Funktion, diverse Sachen zu markieren. Kann Pfeile machen, kann diverse Dinge machen. Da gibt es eben normalerweise auch schon wieder Tools, wo du dann extra zahlen musst, damit das möglich ist. Es gibt auch Gratis-Versionen, aber da sind dann immer stark limitiert. Diese Limits fallen jetzt für uns alle weg. Irgendwann sage ich dann, okay, ich bin fertig. Und jetzt passiert das Magische. Er hat das jetzt automatisch hochgeladen in den Nimbus Webspace. Und jetzt bin ich wieder zurück, hier unten auch zu sehen. Hier das Video wurde jetzt, wie gesagt, automatisch hochgeladen. Ich sehe das und kann jetzt wiederum so wie vorher sagen, wo will ich es hinspeichern, will ich es verschicken oder will ich, dass es privat ist. Das ist richtig cool. Ich kann mich erinnern, dass ich da früher mal, wenn ich so einen Screenshare oder Screencast machen wollte, dass ich dann ewig gesucht habe nach Extensions, die nichts kosten. Und dann habe ich das endlich mal geschafft. Dann hat das Audio nicht aufgenommen. Oder dann musste ich es wieder konvertieren, weil derjenige, an den ich es geschickt habe, hat es sich nicht anschauen können. Richtig mühsam. Und das ersparen wir uns alles, weil wir jetzt einfach nur sagen können, wir wollen das speichern und diesen Link genauso wie vorher können wir verschicken. Und jeder, der den Zugang hat bzw. der den Link hat, kann sich das anschauen. So und jetzt schauen wir uns noch an, was kostet das Teil derzeit. Bei AppSumo, super geiles Angebot, kostet derzeit Lifetime-Deal 59 Dollar. Achtung, wie gesagt, der läuft bald ab. Drei Tage, 20 Stunden derzeit. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Wir schauen uns jetzt genau an, was ist inkludiert. Hier möchte ich auch gleich wieder einmal herzeigen, wie man dieses Tool verwendet. Wenn ich mir so einen Deal kaufe, möchte ich mir gerne diese Sachen abspeichern. Wenn ich in einem Jahr mal darauf zurückgreifen will und diese Website vielleicht nicht mehr online ist, speichere ich mir das ab. Das heißt, ich wähle einen Bereich aus. Und zwar genau diesen hier zum Beispiel. Sag, ja, das möchte ich bearbeiten. Und jetzt schauen wir uns an, was ist alles inkludiert. Zum Beispiel hier, das ist schon mal wichtig, Businessplan von Nimbus. Ja, lebenslanger Zugang und alle Updates sind dabei. Dann gibt es hier, das ist, finde ich, auch noch sehr cool, CNAME. Das bedeutet, wenn ihr eine eigene Website habt, beziehungsweise eine eigene Domain, könnt ihr das auch auf eurer eigenen Domain laufen lassen. Ja, dann verschickt ihr diese Links, die man verschicken kann, nicht mit Nimbus im Namen, sondern mit eurem, bei mir zum Beispiel, bei uns, talkandemand.at. Das ist schon toll, um den Preis, dass das dabei ist. Und dann wollen wir hier schauen, beim Single Account, der kostet einmalig 59 Dollar. Es sind 10 Mitglieder dabei, die man einladen kann. Also wir haben 10 Designer, Mitarbeiter, was auch immer, können darauf zugreifen. 50 Workspaces, die man also komplett trennen kann. Ja, müssen nicht alle Leute Zugriff drauf haben. Und 50 Gigabyte Storage. Dann gibt es noch diese OCR. Das bedeutet so viel, du kannst das einscannen. Und das wird dann als Text erkannt. Und da kann man auch 1500 Dokumente einscannen, die dann gleich die Notiz als Text abspeichern. Ja, und dann schauen wir uns noch schnell an, was kostet das normal bei Nimbus. Ja, das ist jetzt der Preis, der es normalerweise kosten würde. Ich habe jetzt ungefähr dasselbe hier eingestellt. 10 Mitglieder, Business Account. Sieht man schon, das ist auch günstig. Eigentlich im Vergleich zu Evernote. Kostet nämlich 35 Dollar im Monat, beziehungsweise 420 im Jahr. Und wir haben halt gesehen, die 59 Dollar sind natürlich doch deutlich günstiger, beziehungsweise mir lieber. Ich möchte jetzt noch schnell schauen, was kostet das Ganze bei Evernote. Tarife. So, wir haben hier Premium Account, 6,99 im Monat, wobei ich hier glaube, dass eben nicht mehrere Mitglieder darauf zugreifen können. Deswegen brauchen wir das Ding um 13,99 im Monat. Und hier ist das natürlich wichtig hier, nämlich, dass es pro Nutzer 14 Euro sind. Ja, das heißt, ich habe schnell einmal, wenn ich zwei, drei VAs oder Designer habe, ja, habe ich das im Monat, was ist, was mich das Nimbus Note jetzt Lifetime ein Mali kostet. Also ja, für mich habe ich nicht lange nachdenken müssen, vor allem mit dieser Scream Capture App. Richtig cooles Tool. Ich glaube, ich kann das empfehlen. Ihr habt jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen. Müsst ihr natürlich selber schauen, ja, dass man eine Struktur reinbringt. Das muss man einfach überlegen. Sicher mal, wie bringe ich die Struktur rein? Ja, die Handy App wollte ich euch eigentlich noch zeigen, aber ich glaube, es wird das alles viel zu lang. Es gibt eine sehr gute Handy App, wo man scannen kann, wo man abspeichern kann. Man kann direkt teilen in die Notizen und es funktioniert genauso wie das, was wir gerade gesehen haben. Man kann dann auch Folder auswählen, etc. und auch gleich den Link teilen, öffentlich, wenn man das will. Und jetzt werden wir langsam aufhören. Ich glaube, das Video ist eh schon wieder viel zu lange geworden, worauf ihr alle wahrscheinlich wartet. Das Gewinnspiel. Ja, ich möchte wieder verlosen. Ein paar Lifetime-Accounts für diverse Tools, weil das schon letztes Mal so gut angekommen ist und es hat mich gefreut, dass diese Videos immer wieder ankommen. Wie gesagt, schaut euch Nimbus Note mal an, überlegt es euch, ob ihr das brauchen könnt. Natürlich kann man ohne dieses Tool auch leben und man kann auch Notizen speichern. Ich habe das lange genug gemacht, habe dann auf zehn verschiedenen Apps meine Sachen liegen gehabt und das totale Chaos. Ich denke mir, wenn man sich da einmal dann damit beschäftigt und das einrichtet, dann kann man da vielleicht Ordnung reinbringen. Deswegen, ja, schaut euch das an. Jetzt zum Gewinnspiel. Ja, ich möchte drei Lifetime-Deals verlosen. Einen Lifetime-Deal für dieses Nimbus Note, einen zweiten Lifetime-Deal für Switchy, mein erstes Video, das ich gemacht habe, zu diesen Lifetime-Deal-Geschichten. Sehr cooles Tool, Linkshortener kann jeder von uns verwenden, glaube ich. Und dann noch ein drittes Tool und zwar, das ist der Lifetime-Account für Fresh Stock, Vektoren auf Lebenszeit und da muss man dazu sagen, diesen Deal gibt es nicht mehr. Der ist ausverkauft, den wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Deswegen richtig rares Teil. Ich glaube, jeder, der das noch nicht hat, schaut euch das Video an. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Und dann noch eine letzte Ankündigung und zwar ist bald Black Friday und da gibt es auch bei uns wieder was Cooles und zwar, es gibt wieder einen Wexels Black Friday-Deal und zwar für Lifetime oder für das normale Abo. Super cool, ist ein günstiges Angebot. Wir haben eine Telefonkonferenz mit Wexels gehabt, haben einiges erfahren und werden da einen super coolen Deal raushauen. Auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, meldet euch an zu unserem Newsletter. Hier oder hier oder Sigi wird das irgendwo einfügen. Schickt ein Abo, drückt auf Like, schreibt es mir in einen Kommentar. Was habe ich alles falsch gemacht? Ich freue mich trotzdem drüber. Es hätte eigentlich heute zum Friseur gehen sollen. Stattdessen habe ich ein schönes Video aufgenommen und jetzt kann ich wahrscheinlich drei Wochen nicht zum Friseur gehen. Also nicht wundern, wenn ich die nächsten Woche irgendwann dann wie ein Hippie ausschaue. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bleibt uns drei, bis bald.